Willkommen bei BildnerTV. Ihr wollt die Bildbearbeitungssoftware GIMP perfekt beherrschen, dann seid ihr ganz genau richtig bei uns. Es gibt den Online-Videokurs und exklusiv für euch die ersten Teile daraus kostenlos. Und ich gebe jetzt sofort ab an GIMP Coach Anden Uldrich. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Videokurs zur Open-Source-Bildbearbeitung GIMP. Dieser Kurs macht euch mit der grundlegenden Arbeitsweise von GIMP vertraut. Ihr lernt die wichtigsten Arbeitstechniken kennen, die für die Grafikerstellung oder die Bearbeitung eurer Bilder mit GIMP möglich sind. Das geht von der Retusche über kreative Bildkompositionen bis hin zur Erstellung grafischer Design-Elemente und Mock-Ups. Außerdem könnt ihr mit Plugins von Drittanbietern eure Produktivität mit GIMP noch weiter steigern. Mein Name ist Ulrich Dorn und ich bin in diesem Kurs euer GIMP Coach. Ihr werdet überrascht sein, was alles im Rahmen der konventionellen Bildbearbeitung mit GIMP möglich ist. Das Beste zuerst. GIMP kostet keinen einzigen Cent und kann nahezu alles, was die großen Platzhirsche auch können. Zugegeben, nach dem ersten Start von GIMP ist man von der etwas eigenwilligen Benutzeroberfläche leicht irritiert, aber keine Bange, die ganze Arbeitsumgebung könnt ihr flexibel euren Wünschen entsprechend anpassen. Es braucht ein wenig Eingewöhnungszeit, das GIMP-Konzept zu verinnerlichen, aber dann läuft alles wie geschmiert. Zuerst aber besorgen wir uns die Software. GIMP steht auf der offiziellen GIMP-Website zum Download unter der eingeblendeten URL für euch bereit. Nach dem Download öffnet ihr mit einem Doppelklick auf das Installer-Symbol, die Installationsroutine und die Software ist in wenigen Sekunden auf eurem Computer installiert und einsatzbereit. Schauen wir uns nun die Benutzeroberfläche an. GIMP versteht sich als Photoshop-Alternative und nach dem Start von GIMP erkennt man in der Tat Elemente, die man von Photoshop her kennt oder die man mit Photoshop vergleichen kann. Aber letztendlich funktioniert in GIMP doch fast alles ganz anders. Die Arbeitsumgebung ist in drei grundlegende Funktionsbereiche unterteilt, die als Docks bezeichnet werden. Ein Dock ist vergleichbar mit einem Container, in dem frei verschiebbare Fenster angedockt werden. Diese Fenster werden als Dialoge bezeichnet. Beginnen wir mit dem Werkzeugkasten. Hier schlägt das Herz von GIMP. Der Werkzeugkasten hat in der linken oberen Ecke der Benutzeroberfläche seinen festen Platz und kann nicht verschoben werden. Unterhalb der Werkzeuge befindet sich das erste Dock. Hier wird standardmäßig der Dialog mit den Werkzeugeinstellungen eingeblendet. Welche Einstellungen hier angezeigt werden, hängt immer vom gewählten Werkzeug ab. Hier ist es der Pinsel. In der Kopfleiste des Docks seht ihr eine Symbolleiste mit vier kleinen Icons, die in GIMP als Reiter bezeichnet werden. Über diese Reiter kann man neben den Werkzeugeinstellungen weitere Dialoge aufrufen, wie zum Beispiel den Gerätestatus, das Journal oder der Bilderdialog. Kommen wir zu Dock 2, das rechts oben in der Benutzeroberfläche seinen Platz hat. Auch hier werden in der Kopfleiste vier kleine Reiter eingeblendet, hinter denen sich die Dialoge Pinsel, Muster, Schriften und Dokumentenindex verbergen. Im Dokumentenindex werden die zuletzt im GIMP geöffneten Bilder angezeigt, auf die ihr hier schnellen Zugriff habt. Standardmäßig aber werden die Pinselwerkzeugspitzen eingeblendet. Ihr könnt aber auch die Muster oder die verfügbaren Schriftarten anzeigen lassen. Der rechte untere Bereich in der Benutzeroberfläche ist der Platz von Dock 3 mit dem Ebenen, dem Kanäle und dem Pfadedialog. Am unteren Rand des Docks befindet sich eine Symbolleiste mit Funktionen zum gerade aktiven Dialog. Hier ist es die Symbolleiste zum Ebenendialog. Mit diesen Funktionen oder besser gesagt Befehlen könnt ihr neue Ebenen hinzufügen, Ebenen Gruppen erstellen, Ebenen neu anordnen, Ebenen duplizieren, bestimmte Ebenen zusammenführen, Masken hinzufügen und Ebenen löschen. Sorry Ulrich, dass ich kurz unterbrechen muss, aber ich habe eine wichtige Info für all unsere Zuschauer und zwar wenn ihr die perfekte Kurzanleitung und die wichtigsten Tastenkürzel haben wollt zusammengefasst in einer Faltkarte, dann haben wir hier eben unsere GIMP-Kurzanleitung und Tastenkürzel. Auf sechs Seiten findet ihr alles, was ihr für GIMP benötigt. Es ist die perfekte Ergänzung zu eurem Online-Videokurs zu finden bei uns auf bildnerverlag.de und damit wieder zurück zu Ulrich und zum GIMP-Workshop. Bevor wir die erste Grafik mit GIMP erstellen, werden wir die Benutzeroberfläche hier und da etwas abspecken. Das erhöht die Übersicht in der Arbeitsumgebung und macht das Arbeiten mit GIMP viel einfacher. Dabei geht nichts verloren und nichts geht kaputt. Die Standardoberfläche kann jederzeit über die GIMP-Einstellungen schnell wiederhergestellt werden. Löschen wir zuerst die Dinge, die man nur selten oder so gut wie nie braucht. Das sind in DOC1 der Gerätestatus, das Journal und Bilder. Ich zeige euch jetzt kurz, was es mit diesen Dialogen auf sich hat. Im Bilderdialog werden alle Bilder aufgeführt, die ihr während einer Session geladen habt. Die Bilder werden aber auch oberhalb des Bildfensters eingeblendet, also löschen wir vorerst diesen Dialog, indem ihr den Reiter Bilder markiert und dann auf den kleinen nach links zeigenden Pfeil klickt. Es erscheint ein Popup-Menü, indem ihr auf den Eintrag Reiter schließen klickt. Das gleiche macht ihr mit dem Journal und dem Gerätestatus. Nun sehen wir nur noch die Werkzeug-Einstellung. Gehen wir zu DOC2 und entfernen hier die Dialoge, Pinsel, Muster und Schriften. Den Dokumentenindex behalten wir. Das sieht doch schon mal alles viel aufgeräumter aus. Was noch stört, ist das GIMP-Logo über dem Werkzeugkasten und die Regler könnten etwas größer sein. Kein Problem, dazu öffnen wir im GIMP-Menü die Einstellungen. Hier geht ihr zum Bereich Oberfläche und entfernt das Häkchen bei Stiel kompakte Schieberegler verwenden. Jetzt werden die Regler größer und besser händelbar dargestellt. Wir bleiben im Bereich Oberfläche und gehen zum Eintrag Werkzeugkasten. Ganz oben seht ihr Darstellung und die Option GIMP-Logo anzeigen. Nehmt einfach das Häkchen weg und das Logo wird ausgeblendet. Nun haben wir eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, mit der sich weiter arbeiten lässt. An dieser Stelle aber möchte ich noch auf eine Besonderheit der neuen GIMP-Version hinweisen, dem Mehrfachfenstermodus. Im Gegensatz zu älteren Versionen ist die neue GIMP-Benutzeroberfläche in zwei Modi verfügbar. Dem Mehrfachfenstermodus und dem Einzelfenstermodus. Nach dem Erststart von GIMP wird es standardmäßig im Einzelfenstermodus geöffnet. Möchtet ihr im Mehrfachfenstermodus arbeiten, dann aktiviert ihr diesen Modus, indem ihr im Menü Fenster auf die Option Einzelfenstermodus klickt. Im Mehrfachfenstermodus werden der linke und der rechte Bereich der Benutzeroberfläche, das Bildfenster und die Dialoge, sofern man einen Dialog vom Dock gelöst hat, als einzelne und frei schwebende Objekte angezeigt. Ich empfehle aber für die meisten Bildbearbeitung Sessions den klaren Einzelfenstermodus. Geht in das Menü Fenster und klickt auf die Option Einzelfenstermodus. Alle frei schweben Elemente werden nun sofort wieder zu einer homogenen Benutzeroberfläche zusammengefügt. Im nächsten Video stelle ich euch den GIMP Werkzeugkasten detailliert vor und zeige euch, was ihr hier alles individuell noch einstellen könnt. Der prall gefüllte Werkzeugkasten enthält alle Tools, die ihr für die Bearbeitung eurer Bilder und Grafiken braucht. Das umfangreiche Werkzeugangebot lässt sich grob in die Kategorien Auswahlwerkzeuge, Farbwerkzeuge, Transformationswerkzeuge und sonstige einordnen. Aber es werden nicht alle Werkzeuge eingeblendet, denn einige artverwandte Tools wurden von den Entwicklern zu Werkzeuggruppen zusammengefasst. Hat ein Werkzeugsymbol in der rechten unteren Ecke einen kleinen Pfeil, handelt es sich um eine Werkzeuggruppe. Schauen wir uns das Werkzeug rechteckige Auswahl an. Führt ihr den Mauszeiger auf das Werkzeugsymbol, erscheint nach einem kurzen Moment ein Popup mit einem weiteren artverwandten Werkzeug. Hier ist es die elliptische Auswahl. Beide Tools wurden hier zu einer platzsperrenden Werkzeuggruppe verknüpft. Möchtet ihr aber lieber alle Werkzeuge sehen, öffnet ihr die GIMP Einstellungen und deaktiviert im Bereich Werkzeugkasten Oberfläche die Option Werkzeuggruppen verwenden und bestätigt mit OK. Nun werden alle in GIMP verfügbaren Werkzeuge angezeigt. Ich empfehle euch aber weiterhin die Werkzeuggruppenansicht zu verwenden. Berührt der Mauszeiger eines der Werkzeuge wird ein Popup mit kurzen Erläuterungen zum entsprechenden Werkzeug eingeblendet. Nehmen wir als Beispiel den Pinsel. Sobald der Pinsel angeklickt wurde, passt sich der Werkzeugeinstellungen-Dialog dem Pinselwerkzeug an. Mit den verschiedenen Einstellreglern könnt ihr die Pinsel-Einstellungen gezielt verfeinern. Hierbei lassen sich harte oder weiche Pinselspitzen wählen, ihr könnt die Größe, den Druck und mehr einstellen. Möchtet ihr eine Einstellung wieder auf die native Größe des Pinsels zurückstellen, dann klickt auf das kreisrunde Pfeilsymbol rechts neben dem Regler. Direkt unter den Werkzeugen befinden sich die Farbeinstellungen für Vordergrund- und Hintergrundfarbe. Möchtet ihr zum Beispiel die Pinselfarbe ändern, dann klickt mit dem Mauszeiger auf eine der beiden Farbflächen und der Dialog Vordergrundfarbe ändern bzw Hintergrundfarbe ändern öffnet sich. Die Farbwahl geht am schnellsten über den Farbwähler. Klickt auf einen Farbbereich und nehmt dann die Feinjustierung im vertikalen Farbbalken rechts neben dem Farbfeld vor. Für eine exakte RGB-Farbeinstellung gebt ihr einfach die RGB-Werte in den entsprechenden Eingabefeldern ein. Entwerft ihr Elemente für eine Website, wird unterhalb der Farbbalken die entsprechende HTML-Notation angezeigt. Häufig genutzte Farben könnt ihr in einer Palette speichern. Um eine neue Farbe der Palette hinzuzufügen, klickt ihr einfach auf den kleinen Pfeil links neben der Palette. Es empfiehlt sich die Farbeinstellungen von Zeit zu Zeit zurückzusetzen. Klickt einfach auf den Button Zurücksetzen und bestätigt mit OK. Jedes Werkzeug hat seine eigenen speziellen Einstellungen. Die von euch vorgenommenen Einstellungen bleiben erhalten, bis diese erneut geändert werden. Am unteren Rand des Werkzeug-Einstellungen-Dialogs seht ihr vier Symbole. Beginnen wir von links nach rechts. Mit der Funktion Werkzeug-Voreinstellung speichern könnt ihr die Einstellungen für das aktuelle Werkzeug speichern, um sie später für ein Projekt erneut nutzen zu können. Es folgt die Funktion Werkzeug-Voreinstellung wiederherstellen. Damit könnt ihr zuvor gespeicherte Voreinstellungen zum aktiven Werkzeug wiederherstellen. Wurden die Voreinstellungen des aktiven Werkzeugs noch nie gespeichert, ist der Knopf ausgegraut. Anderenfalls öffnet sich nach einem Klick auf das Symbol ein Popup mit den Namen aller gespeicherten Einstellungen. Durch die Auswahl des Eintrags aus diesem Menü werden die gespeicherten Einstellungen wiederhergestellt. Mit dem X-Symbol könnt ihr eine nicht mehr benötigte Werkzeug-Voreinstellung wieder löschen. Mit dem vierten Symbol auf die Standardwerte zurücksetzen stellt ihr alle Werkzeug-Einstellungen wieder auf die ursprünglichen Werte zurück. Die Auswahl oder besser gesagt die Freistelltechniken sind in der Bildbearbeitung unverzichtbar. Hierbei dreht sich fast alles um die Fragen, wie kann ich ein Motiv aus einem Bild ausschneiden oder gar vom Hintergrund trennen oder freistellen. Wie montiere ich einzelne Bildteile in ein oder andere Bilder. In diesem Video erfahrt ihr alles über die Auswahlwerkzeuge und deren grundlegende Anwendung. Beginnen wir mit der rechteckigen Auswahl. Das ist das richtige Tool, um ganz gezielt einen rechteckigen oder quadratischen Bildbereich auszuwählen und diesen weiter zu bearbeiten. In diesem Beispiel wollen wir die Dame im Vordergrund mit der rechteckigen Auswahl freistellen und den Bereich als neue Datei speichern. Drückt zuerst die R-Taste oder klickt auf das Auswahlwerkzeug. Dann zieht ihr mit gedrückter linker Maustaste einen rechteckigen Rahmen im Hochformat auf und lasst die Maustaste wieder los. Ihr seht jetzt an den vier Ecken der Auswahl jeweils einen Markierungspunkt bzw. ein kleines Quadrat. Mit diesen Markierungen könnt ihr die bestehende Auswahl nachträglich ändern, indem ihr eine der Markierungen mit dem Mauszeiger greift und in die entsprechende Richtung zieht, um die Auswahl zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn die Auswahl steht, wählt ihr im Menü Bearbeiten den Befehl Kopieren oder nutzt das entsprechende Tastenkürzel. Dann wählt ihr im gleichen Menü den Befehl Einfügen als neues Bild. Ihr könnt die Auswahl auch im Original Bild als neue Ebene einfügen, was wir aber nicht wollen. Jetzt speichert ihr das neue Bild mit dem Befehl Datei speichern unter in einem Ordner euer Wahl ab. Hier ist es der Ordner GIMP, den ich auf dem Schreibtisch angelegt habe. Die Datei erhält den Namen Auswahl rechteckige. Kommen wir nun zur elliptischen Auswahl. Das Beispielfoto zeigt eine Kopfhörermuschel des Grado SR60 Kopfhörers, mit dem ich die Audiospuren meiner Videos abhöre. Die Aufgabe besteht jetzt darin, die kreisrunde Muschel vom Hintergrund zu trennen. Das machen wir mit dem Werkzeug elliptische Auswahl. Damit die Auswahl auf Anni passt, nutzen wir Hilfslinien. Dazu schaltet ihr zuerst die lineale ein. Das macht ihr über das Menü Ansicht und den Befehl Lineale anzeigen. Führt nun den Mauszeiger in das horizontale Lineal, haltet die linke Maustaste gedrückt und zieht bei gedrückter Maustaste eine Hilfslinie aus dem Lineal auf. Platziert die erste Hilfslinie an der Oberkante der Muschel und die zweite an der Unterkante. Dann zieht ihr zwei vertikale Hilfslinien auf und platziert diese an der linken und der rechten Kante der Höhe. Hörmuschel. So dass die vier Hilfslinien ein Quadrat ergeben. Ihr könnt jede Hilfslinie zu jedem Zeitpunkt neu positionieren. Einfach mit dem Mauszeiger greifen und ziehen. Jetzt aktiviert ihr das Werkzeug elliptische Auswahl und zieht den Kreis von der linken oberen Ecke aus auf. Aber es geht noch einfacher, indem ihr direkt ein Quadrat oder wie in diesem Beispiel einen 100%igen Kreis aufzieht. Dazu braucht ihr auch nur zwei Hilfslinien oben und links. Dann setzt ihr den Mauszeiger in der linken oberen Ecke an und haltet während des Aufziehens die Umschalttaste gedrückt. Wenn die kreisrunde Auswahl steht, löscht ihr den Hintergrund des Bildes. Dazu wählt ihr im Menü Auswahl den Befehl invertieren und anschließend im Menü bearbeiten den Befehl ausschneiden oder die entsprechende Tastenkombination. Alle GIMP-Tastenkombinationen findet ihr auch in der Bildner Kurzanleitung und Tastenkürzel zu GIMP. Das nächste Auswahlwerkzeug, das ich euch jetzt vorstelle, ist der Zauberstab. Damit könnt ihr einen relativ gleichmäßigen Hintergrund auswählen. Mit Ziehen der Maus erweitert sich der ausgewählte Bereich und passt sich an die im Bild vorhandenen Kanten an. Der Toleranzwert bestimmt hierbei die Empfindlichkeit des Werkzeugs. Mit den Optionen Kanten glätten und transparente Bereiche auswählen und weiteren Optionen kann die Auswahl noch verfeinert werden. Für dieses Beispiel lade ich ein bereits bekanntes Bild. Die Einstellung des Toleranzwertes mit dem Regler Schwellenwert bedarf einiger Erfahrung. Hier ist es der Wert 52, der die sauberste Auswahl erzeugt. Der Zauberstab erfasst ausschließlich direkt aneinander angrenzende Bereiche. Nicht vom Zauberstab erfasste Bereiche können entweder der Auswahl hinzugefügt werden oder ihr entfernt etwaige Pixelreste mit dem Radierer. Möchtet ihr Auswahlbereiche hinzufügen, dann klickt auf das Symbol zur aktuellen Auswahl hinzufügen. Möchtet ihr Auswahlbereiche subtrahieren, dann aktiviert das Symbol von der aktuellen Auswahl abziehen. Jetzt zeige ich euch am Beispiel dieser Rosenblüte das Zusammenspiel unterschiedlicher Auswahlwerkzeuge. Um die weiße Blüte freizustellen, könnte man das Werkzeug freie Auswahl oder auch den Zauberstab nutzen. Würdet ihr nur die freie Auswahl nutzen, braucht ihr viel Konzentration, um die Auswahl exakt an den Kanten der Blüte aufzuziehen. Die Zeit haben wir nicht. Am schnellsten geht es, wenn ihr die Blüte zuerst mit einer freien Auswahl grob freistellt, sodass noch ein randes Hintergrund zu sehen ist, der anschließend mit dem Zauberstab entfernt wird. Im ersten Schritt vergrößert ihr die Ansicht der Blüte auf etwa 33,3 bis 50%. Dann drückt ihr die Taste F, womit ihr das Werkzeug freie Auswahl aktiviert und zieht um die Blüte herum die freie Auswahl auf. Dort wo das Ende und der Anfang der Auswahllinie aufeinandertreffen, erscheint ein gelber Punkt und die Auswahl schließt sich automatisch. Lasst jetzt die Maustaste wieder los. Nun entfernen wir den Hintergrund. Das machen wir mit der X-Taste. Achtet unbedingt darauf, dass im Farbwähler die Hintergrundfarbe auf Weiß eingestellt ist. Der noch bestehende Rand um die Blüte herum ist ein Fall für den Zauberstab, den ihr mit der Taste U aktiviert. Vorher stellt ihr den Regler Schwellwert auf 50 ein und klickt dann mit dem Zauberstab auf den Hintergrundrest, der bis auf zwei kleine Stellen perfekt ausgewählt ist. Mit Bearbeiten und Ausschneiden löscht ihr den ausgewählten Bereich und mit dem Befehl Auswahl nichts deaktiviert ihr die Auswahl wieder. Noch bestehende Pixelreste entfernen wir mit dem Radiergummi, das ihr mit der Tastenkombination Umschalt und E aktiviert. Die vorgegebenen Werkzeugeinstellungen behalten wir bei und gehen ans Werk. Mit gedrückter Maustaste radiert ihr dann einfach die Pixelreste weg. Noch sind wir aber nicht fertig, denn ein ca. 2 Pixel dicker Hintergrundrand ist an den Außenkanten der Blüte noch zu sehen. Wie dieser entfernt wird, erfahrt ihr jetzt. Aktiviert den Zauberstab mit einem Schwellwert von 50, drückt einmal die linke Maustaste und schon ist die Blüte markiert. Nun öffnet ihr das Menü Auswahl und wählt den Befehl Vergrößern. Im Dialogfeld Auswahl Vergrößern stellt ihr den Wert von 3 Pixel ein und bestätigt mit OK. Im nun letzten Schritt wählt ihr wieder den Befehl Bearbeiten Ausschneiden und die Rosenblüte ist fast perfekt freigestellt. Ich sagte fast, denn ein Hintergrund ist immer noch da, auch wenn er wie im Beispiel aus reinem Weiß besteht. Wenn ihr aber die Blüte für eine Fotomontage braucht, würde der weiße Hintergrund die darunterliegenden Bildebenen überdecken. Also braucht ihr dafür einen transparenten Hintergrund. Wie ihr das macht, zeige ich im nächsten Video. In diesem Video zeige ich euch den grundlegenden Einsatz der Ebenentechnik. Die Ebenentechnik ist in GIMP ein unverzichtbares Werkzeug in der Bildbearbeitung. Ebenen gleichen übereinander gestapelten Containern. Jeder dieser Container beinhaltet einen ganz bestimmten Arbeitsablauf an der Bilddatei. Die Zusammenfassung aller Arbeitsabläufe zeigt das Ergebnis. Eine Ebene kann in sich abgeschlossen oder bis zu einem bestimmten Grad transparent sein, sodass Bereiche der darunterliegenden Ebene sichtbar werden. Wie macht man einen Bildbereich transparent? Das geht in GIMP mit einem Alpha-Kanal. Ihr seht hier ein Bild, das aus fünf Ebenen besteht. Ebene 1 bis Ebene 4 haben transparente Bereiche. Nur die Hintergrundebene ist weiß. Schaltet ihr die weiße Hintergrundebene ein, werden die darüberliegenden transparenten Bildbereiche aufgehoben. Also machen wir die Hintergrundebene auch transparent. Dazu wählt ihr im Menü Auswahl mit dem Befehl Alles den gesamten Hintergrund aus. Dann öffnet ihr das Menü Ebene Transparenz und klickt auf Alpha-Kanal hinzufügen. Jetzt wählt ihr im Menü Bearbeiten den Befehl ausschneiden und die Hintergrundebene ist ebenfalls transparent. Der Ebenendialog ermöglicht das Erzeugen besonderer Effekte in Verbindung mit der jeweils verwendeten oder der darunterliegenden Ebene. Diese Effekte heißen in GIMP Ebenenmodi und befinden sich im oberen Bereich des Dialogs. Führt zum Beispiel der Mauszeiger auf die Schaltfläche Modus und die Liste aller Ebenenmodi wird aufgeklappt. Was dabei genau passiert, zeige ich euch an einem Beispiel. Zuerst laden wir über das Menü Datei öffnen ein Foto, das dann im Bildfenster angezeigt wird. Gleichzeitig wird die Bilddatei im Ebenendialog als Ebene eingefügt. Nun laden wir ein zweites Bild, das wir als neue Ebene über das erste Bild einfügen möchten. Jetzt klicken wir im Menü Bearbeiten auf den Befehl Kopieren und anschließend im gleichen Menü auf Einfügen als neue Ebene. Öffnen wir jetzt die Liste der Ebenenmodi. An erster Stelle steht immer der Standardmodus normal. In diesem Modus passiert nichts, außer dass er immer die darunterliegende Ebene verdeckt. Mit einer Ausnahme. Sobald wir den Regler Deckkraft unter 100% ziehen, scheint die darunterliegende Ebene nach und nach durch. Testen wir gleich den nächsten Modus, der Vernichten heißt. Dieser Modus arbeitet ähnlich wie normal, nur dass hier bei einer Verringerung der Deckkraft die Bildstruktur nicht gleichmäßig bleibt, sondern mit einer feinen bis groben Körnung versehen wird. GIM verwendet hierzu ein Muster, das umso mehr Pixel der oberen Ebene enthält, je höher deren Deckkraft ist. Jeder Ebene Modus kann einzeln ausgewählt und individuell angepasst werden, ohne das Originalbild so verändern. Und mit der Kombination zu vorerstellter Maskierung steht euch eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten offen. Dazu erfahrt ihr in den nächsten Videos mehr. Der Einstieg ist geschafft. Macht am besten jetzt gleich weiter. Den kompletten GIMP Online Videokurs findet ihr bei uns auf bildnerverlag.de. Wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Erfolg mit GIMP und abonniert am besten jetzt gleich noch diesen Kanal. Ist für euch völlig kostenlos.